Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen New Card Squad Builder mit und von Salono 7 Games. Und wie ihr sehen könnt, es geht um diesen jungen Herrn Sessegnon, Young Player of the Year ist er geworden. Diese SPC kann man jetzt aktuell für 50k circa machen und ich sag euch eins Freunde, der Spieler lohnt sich auf jeden Fall. Er spielt sich richtig überragend. Ich würde da auf jeden Fall die 50k investieren. Er ist zwar ein Spieler aus der zweiten englischen Liga, aber nicht desto trotz kann man ihn dadurch, dass er halt ein Engländer ist, gut mit anderen Engländern linken. Und ja, wie genau, das werden wir nämlich jetzt sehen. Ich habe jetzt zwei Teams vorbereitet, das eine zwischen 100 bis 300k und das andere zwischen 300 bis 1 Million. Wobei das erstgenannte Team so um die 200k kostet und das zweitgenannte Team fast circa eine Million kostet. Und ja, schauen wir uns Team Nummer 1 an. Dort die Aufstellung 433. Ich weiß jetzt nicht, welche Version das ist. Auf jeden Fall die mit drei Stürmern, wie man sehen kann. Und ja, das Team, was drum herum gebaut hat, sieht folgendermaßen aus. Wir haben hier im Sturm den Wilson, auch eine super Highspeed-Granate, genauso wie rechts außen den Rollcourt als OTW-Karte. Man kann natürlich auch die normale Inform, aber die kostet genauso viel wie die OTW oder die normale Karte. Ich würde auf jeden Fall die OTW-Karte kaufen, weil wer weiß, sind ja noch ein paar Spieltage und vielleicht bekommt er ja noch eine Inform und dann ist er noch geiler. Ja, das Mittelfeld hier für den Link, den Engländer Ali, der spielt sich überragend. Nebenbei, der kann auch den El Tornado, also falls jemand ein bisschen skillen will, mit ihm kann man das auf jeden Fall machen. Ansonsten noch Fellaini zum Absichern hinten. Wir haben ja vorne sehr viele Schnellen, aber wir brauchen natürlich auch einen hinten, der defensiv stark ist und vor allem auch physisch mal dagegen halten kann. Da haben wir Fellaini gewählt. Ansonsten kann man natürlich auch die klassische Variante Bakayoko oder sonstiges nehmen. Und dann daneben den Vinaldum, den ich selber schon mehrmals gespielt habe und ich finde den wirklich sehr, sehr stark von der nur 82er und sehr günstige Karte. Also so ein bisschen OP, dadurch, dass er auch high, high die Rates, die Work Rates hat, ist er sehr, sehr nice. In der Abwehr haben wir unten rechts das Manchester City Duo Danilo und Stones. Danilo spiele ich aktuell selber im OC Cup, wo ich ja jetzt in der K.O.-Phase bin. Und muss sagen, Danilo gefällt mir sehr, sehr gut in offensiv wie auch defensiv, sehr stark mit Shadow drauf, dann passt das. Dann haben wir noch den Stones als Team of the Group Stage Karte, mal eine schöne Karte, die man sonst nicht so oft sieht. Und ja, 84 Pace, überragend, 84 Defensive und 80 physisch, passt für den Innenverteidiger. Daneben den guten Van Duc, der einfach überragend ist, diese Karte. Also ich habe die am Anfang von FIFA sehr, sehr oft gespielt, die sehr nice. Und daneben Kolasinac, der natürlich mit seinem Körper hier einiges wegmacht, aber wo man mit dem Shadow auch die gewisse Schnelligkeit und auch Defensive hat. Und im Tor haben wir den guten alten Petre Cech. Wer natürlich andere Keeper, bevorzugt aus der Premier League, kann sich da auch anders entscheiden. Ich habe jetzt einfach mal Tschech gewählt, weil er eigentlich ganz stabil ist. Natürlich ist De Gea eine andere Klasse, aber dementsprechend auch teurer. Das ist also das Team, das ca. 200k kostet. Ich denke, das ist ein sehr, sehr stabiles 200k Team. Vor allem, wenn man gerne mit Pace spielt und vorne die Leute schickt. Wilson, überragend, der 84er, spielt sie sehr, sehr geil. Weil Walcott und halt Sessegnon kompletieren das Schnelligkeitstrio. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr starke Offensive, die man da haben kann. Und wir gehen jetzt einfach mal ins 1-Millionen-Team. Und da haben wir nämlich die Aufstellung 4-4-2 gewählt. Das heißt, wir spielen hier mit zwei Stürmern und zwei Außenspielern. Einfach aus dem Grunde, weil Sessegnon, wie ihr sehen könnt, Defensive 76 hat. Das heißt, der kann auch sehr gut mit nach hinten arbeiten. Und ja, wenn da mal eine Führung da ist, kann man den auch mal ein bisschen defensiver stellen. Und der unterstützt dann hier in dem Fall Luke Shaw sehr, sehr stark. Genau dasselbe haben wir nämlich auch auf der anderen Seite gemacht. Man sehen kann, Bruno Perez und Florenzi ist da das Ruhe. Bruno Perez auch selber, 73 Defensive. Also wer hier, ich sag jetzt mal, den Beton anrühren muss, der kann das mit dieser Aufstellung sehr, sehr gut machen. Und vorne haben wir, sagen wir mal, die Engländer-Legenden. Michael Owen und Alan Schieber. Natürlich kann man auch sich Vereinen aus der Premier League entscheiden. Dann den Owen dafür opfern, sag ich mal. Dann müsste es aber halt ein Engländer sein. Oder man opfert halt den Schieber. Da muss man halt aufpassen, dass es ein Brasilianer ist, damit das mit Bruno Perez passt. Aber ich glaube, da kann sogar irgendein anderer aus der Premier League sein, weil Bruno Perez ein Grün links zu Florenzi hat. Und dann sollte das auch passen. Ein Gabriel Jesus wird dann natürlich auch gut passen. Und man wird so um die, ja, 300, ich glaube, 300 bis 400k kostet Alan Schieber sparen. Aber ich finde es einfach mal geil, hier mit so einem oldschool englischen Sturm Michael Owen und Alan Schieber zu spielen. Zudem im Mittelfeld noch Sterling, der super, super stark ist. Und vor allem auch schnell auf jeden Fall noch eine offensive Variante hier. Und natürlich zur Absicherung hinten noch ein defensiver, nämlich den Fernandinho. Die 85er-Version ist natürlich ein bisschen teurer, aber von den Werten her auch deutlich besser. Und ja, wie gesagt, linksverteidiger Schor, rechtsverteidiger Florenzi. Das heißt, zwei verschiedene Ligen. Das heißt, andersherum, in der Mitte muss man sich treffen. Und das haben wir dieses Mal durch die Nationalität gelöst. David Luiz, Brasilianer, Miranda, Brasilianer und natürlich dann den Torwart auch als Brasilianer, Ederson. Und ja, dann klappt das Ganze auch mit der Chemie. Ich glaube, dieses Team ist sehr, sehr geil für eine Million. Ganz ehrlich, wird dieses Team auch eigentlich gerne mal testen. Vor allem einfach auch mal mit Michael Owen, der eigentlich sehr schnell da ist. Das ist die mittlere Ikonenkarte, wer natürlich die Prime vielleicht sogar hat, kann die natürlich einsetzen. Und ja, Len Schieber haben wir die Prime-Version, die auf dem Transfer macht. Wie gesagt, 300 bis 400 Karte, also richtig günstig. Und von den Werten her nicht so schlecht aussieht. Natürlich, Pace fehlt ihnen ein bisschen, aber es schießen 93 und physisch 85 ist eigentlich überragend. Ja, also ich würde diese Mannschaft gerne mal testen, wenn ich jetzt die Coin-Zette. Ja, das sind auf jeden Fall zwei Varianten für die neue Sessignon, Youngest Player of the Year Karte. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Schreibt mal auch gerne rein, ob ihr Sessignon gemacht habt und wie ihr ihn findet. Und ja, dann sehen wir uns in einem der nächsten NCSB. Also, bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.